Servus Leute, schön, dass ihr reingeklickt habt in diesen Ersteindruck von Undisputed, also dem aktuellen, ganz frisch erschienenen Boxspiel, welches in die großen Fußstapfen von Fight Night treten will. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, denn Fight Night hat einfach Spuren hinterlassen. Viele Leute feiern das eben als großes Boxspektakel. Das Spiel hat grafisch, auch gameplayseitig, auch größtenteils umfangstechnisch einfach viel zu bieten gehabt. Und da stellt sich durchaus die Frage, kann Undisputed ein Spiel, was von einem komplett neuen, unbekannten Entwickler kommt, und kann dieser Entwickler wirklich aus dem Nichts ein funktionierendes Konkurrenzspiel für so ein Fight Night erschaffen? Das ist die Frage, hat man hier wirklich einen würdigen, inoffiziellen Nachfolger sozusagen? Und wenn ihr jemand seid, der wirklich sagt, genau darauf lege ich Wert, auch wenn dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, altmodische Boxen eben nicht mehr jedermanns Sache ist, aber wenn ihr genau das haben wollt und gerne so ein bisschen auch vom alten Fight Night Vibe mitnehmen wollt, und ihr vielleicht nicht die aller, allerbeste, neueste Grafik dabei braucht, dann macht ihr bei Undisputed nichts falsch. Das möchte ich schon vorweg sagen. Wenn ihr also wirklich sehnsüchtig auf genau ein solches klassisches Boxspiel gewartet habt, dann ist Undisputed definitiv ein Spiel für euch, auch wenn es natürlich seine Schwächen hat, aber es hat auch wirklich, und das würde ich jetzt sagen, nach insgesamt, ich glaube, 6, 7 Spielstunden, ja, es hat aber auch einige Stärken, die das Spiel wirklich für mich eher positiv als negativ dastehen lassen. Ich fange mal mit der Darstellung des Spiels an. Ich habe ja gerade gesagt, ihr solltet nicht das absolut Beste vom Besten erwarten. Das Ganze ist hier ein komplett neuer Entwickler. Das ist sein erstes Projekt, ja, dieses Boxspiel. Es ist eine Herzensangelegenheit. Die haben von Anfang an, als das Ding angekündigt wurde, damals noch unter dem anderen Namen E-Sports Boxing Club, da hat man schon gesagt, wir wollen ein authentisches, realistisches und, ja, kompetitives Boxspielerlebnis erschaffen. Und ich bin der Meinung, das ist denen größtenteils gelungen. Und ich glaube, man hat sich inhaltlich und spielerisch ein bisschen von diesem super realistischen und kompetitiven ein bisschen verabschiedet oder distanziert. Aber man muss natürlich anerkennen, dass dieser Entwickler eben aus dem Nichts kommt und dass das dann natürlich schwer ist, ein Spiel zu erschaffen, das spielerisch, aber auch technisch, grafisch tatsächlich einem Fight Night, was von einem großen EA damals gekommen ist, was auch schon mehrere Teile hatte, ja. Also wenn ich an Fight Night Round 4 oder Fight Night Champion denke, dann sind das ja nicht neue Spiele gewesen, die aus dem Nichts kamen, sondern da gab es ja eine funktionierende langjährige Basis, ja, von EA. Und dementsprechend ist das natürlich ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Aber trotz allem ist dem Entwickler Steel City Interactive ein auch optisch ganz gutes Spiel gelungen. Wie gesagt, keine Meisterleistung. Ja, im Detail ist das Spiel grafisch nicht ganz so ein Spektakel, wie es seinerzeit Fight Night gewesen ist. Und auch aktuell würde ich zum Beispiel einen UFC von EA Sports als das etwas hübschere Spiel ansehen. Aber Undisputed ist dennoch insgesamt sehr ansehnlich. Wo das Spiel dann auch in der Technik und damit meine ich die Grafik, auch teilweise im Sound und eben auch im Gameplay schwächelt, ist eben genau dieser Perfektionismus, ja, dieses Etablierte, ja, dieses Triple A einfach, ja. Ich glaube, da ist dann wirklich, muss man ehrlich sagen, das Team nicht so groß, wie man es bei EA gewohnt ist. Das Budget ist nicht das gleiche und ja, einfach auch die Erfahrung ist nicht die gleiche. Das habe ich im Hinterkopf und bewerte das deswegen auch realistisch, weil ich einfach sage, okay, dafür hat man ja dennoch ein gutes Produkt geliefert. Aber man muss auch sagen, ja, natürlich gibt es auch technisch ein paar Ungereimtheiten. Ich finde zum Beispiel auch gerade den Sound eher mittelmäßig. Der Soundtrack ist in Ordnung, der im Hintergrund trellert. Aber so insgesamt hat man nicht viel, wo der Sound besonders gut hervorsticht. Und auch teilweise in der gesamten Soundkulisse, teilweise auch in der Optik dann, wenn es um den Ringeinlauf geht, also um den, ne, wenn die Kämpfer dargestellt werden und wie dann alles dargestellt wird, das sieht in der Arena ganz gut aus, aber eben nicht sehr gut. Und da merkt man dann vielleicht noch den Unterschied, dass das durchaus in einem Undisputed 2, was irgendwann vielleicht erscheinen könnte, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das Entscheidende ist dann aber natürlich, wie spielt sich das Ganze? Das heißt, wie sind die eigentlichen Kämpfe? Und ich möchte auch sagen, wie ist so ein Karrieremodus? Ja, denn den habe ich ja mit am meisten gespielt. Also von den 6, 7 Stündchen, die ich gespielt habe, waren es jetzt, glaube ich, 5 Stunden im Karrieremodus und ja, vielleicht 1 bis 2 Stunden in sonstigen Kämpfen auch online. Und da möchte ich zuerst mal sagen, wie finde ich wirklich das Kämpfen? Und das funktioniert auch größtenteils sehr gut. Es hat ein paar Schwachpunkte. Man merkt teilweise die Erkennung von den Schlägen, die funktioniert nicht so ganz. Manchmal huscht so eine Faust eigentlich mehr oder weniger irgendwie seltsam vorbei. Und trotzdem wird der Gegner ausgenockt. Also das sieht dann nicht ganz so optimal aus. Da ist man auch von Fight Night, glaube ich, einfach sehr verwöhnt. Und auch von UFC. Also das hat EA Sports schon richtig gut hinbekommen. Das heißt nicht, dass das furchtbar schlecht dargestellt wird oder so. Und das passiert jetzt auch nicht andauernd. Also ich habe nicht andauernd das Gefühl, hä, habe ich dich jetzt getroffen oder nicht? Sondern in der Regel kriegst du genau mit, habe ich den erwischt oder nicht? Oder wurde ich getroffen oder nicht? Und was ich aber besonders cool finde, ist, dass ich das Gefühl habe, das Spiel ist etwas anspruchsvoller, als es ein Fight Night gewesen ist. Ihr müsst halt zum Beispiel eure Ausdaueranzeige sehr im Blick behalten. Wenn die außer Kontrolle gerät und ihr nonstop versucht weiterzuschlagen, dann werdet ihr eh nichts mehr treffen und werdet keinen Schaden anrichten. Aber ein, zwei Treffer später seid ihr selber auf der Matte. Also das ist deutlich krasser noch als bei Fight Night, würde ich sagen. Weiterhin gibt es die typischen Mechaniken, dass wenn ihr zum Beispiel geblockt habt oder einem Schlag ausgewichen seid und danach sofort einen Gegenschlag ansetzt, dass der natürlich etwas mehr Schaden macht. Dass euer Schaden, den ihr anrichtet, auch natürlich daran angepasst ist, was für einen Fighter ihr habt. Ich habe das jetzt natürlich nicht durchgezählt, aber laut dem Entwickler sind es über 70 verschiedene Boxer. Und das kommt schon hin, weil es gibt sehr viele Gewichtsklassen. Und ansonsten finde ich der gesamte Boxablauf, der erinnert halt einfach wirklich an das, was man von Fight Night gewohnt ist. So finde ich zumindest, spielt sich das nicht wesentlich anders. Ihr habt auch von Anfang an die Möglichkeit, in zwei Varianten zu boxen. Wenn es also um das eigentliche Spielen geht, könnt ihr entweder eine, ich würde fast sagen, einfache Variante spielen, die den meisten vielleicht entgegenkommt, die nicht nur Fight Night gewohnt sind. Das heißt, ihr könnt die Schläge mit den Aktionstasten ganz normal auf dem Controller ausführen. Also auf der Playstation in meinem Fall sind das X oder Kreuz, Dreieck, Viereck und Kreis, um mit der linken Faust oder mit der rechten Faust zu arbeiten. Aber wenn ihr echtes Fight Night gewohnt seid und das auch wieder haben wollt, dann könnt ihr das haben, denn ihr könnt so ungefähr wie früher auch mit dem rechten Stick arbeiten. Das funktioniert auch sehr gut. Ich habe mich dann auch nach dem zweiten Boxkampf genau daran umgestellt und habe dann auch so weitergespielt. Das funktioniert sehr gut, weil man kann auf die Art und Weise wunderbar den rechten Stick immer links oben, rechts unten, links, rechts, links und wie auch immer. Dann kann man wunderbar so Kombos raushauen, wobei ich in meiner hauptsächlichen Erfahrung eben im Karrieremodus nicht so viele ausdauernde Kombos machen kann, weil mein Kämpfer einfach immer sehr schnell außer Puste ist. Und jetzt möchte ich nochmal ganz schnell ein paar Worte zum Karrieremodus verlieren. Werde ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil da könnte ich mich sehr, sehr lange auslassen. Ich habe hier auch noch nicht alles komplett verstanden. Ich glaube, der Karrieremodus, der hat einiges zu bieten. Der ist wirklich nicht verkehrt und das möchte ich vor allen Dingen sagen. Mir gefällt der Karrieremodus sehr gut, obwohl er auch hier das Rad nicht neu erfindet. Das meiste ist genau so, wie ihr es von Fight Night gewohnt seid und wie ihr es zuletzt auch von UFC gewohnt seid. Macht aber einige Dinge dann doch anders. Zum Beispiel habt ihr nach meinem Wissensstand keine Möglichkeit im Karrieremodus zwischen den Kämpfen ja selbst das Training zu führen. Also ihr bestimmt zwar, was trainiert wird, aber das passiert immer automatisch. Und da weiß ich von dem einen oder anderen, der sagt schade, weil das vermisse ich ein bisschen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, einmal hätte ich es ganz gerne gemacht. Ja, Seilspringen oder irgendwo gegen den Boxsack schlagen. Aber ich weiß aus Erfahrung auch alleine beim letzten UFC und ganz zu schweigen von den Fight Nights damals. So wirklich dolle ist das dann auch nicht. Das macht man ein, zwei Mal und danach hofft man, dass man eine gute Bewertung gekriegt hat und macht das eh automatisch. Also so habe ich das gemacht. Ich habe das eh dann meistens automatisch ausführen lassen. Und dementsprechend ist man den leichten Weg hier gegangen und hat das von vornherein auf automatisch gestellt. Finde ich sehr gut, weil dann hat man direkt mehr Zeit, sich um die anderen Dinge zu kümmern. Denn hier müsst ihr zum Beispiel auch tatsächlich ein Trainerteam und generell ein Team um euch herum haben. Das heißt, ihr braucht einen Coach, mit dem ihr eure Werte dann auch während der Karriere verbessern könnt. Ihr habt einen Cutman, den ihr engagieren könnt und einen Manager. Und der Cutman zum Beispiel ist wichtig, weil dann könnt ihr Zusatzwerte bekommen, damit eure Augen nicht so schnell anschwillen oder damit ihr nicht so schnell Cuts bekommt. Und damit ein Kampfabbruch vielleicht nicht passiert, weil der Ringrichter sagt, nee, der Cut ist zu schlimm oder die Schwellung ist zu krass, ich muss abrechnen. Das kann tatsächlich auch passieren. Und das eigentliche Leveln passiert auch tatsächlich anders, denn ihr fangt natürlich mit einem schlechten Boxer an und müsst natürlich besser werden. Und ihr könnt dann durch eure Trainingsanheiten bestimmen, wo ihr euch verbessern wollt, also wie gehabt. Aber das entscheidet sich auch ein bisschen dadurch, was ihr für einen Coach an eurer Seite habt, denn der hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und je länger der bei euch ist, desto mehr Stärken schaltet er mit der Zeit frei und der kriegt auch Erfahrungspunkte, die ihr für ihn holt sozusagen. Und die könnt ihr dann für ihn verteilen, um ihn in seinen Schwachpunkten zum Beispiel besser zu machen oder um seine Stärken noch weiter auszubauen. Und so kriegt ihr dann zum Beispiel einen Trainingsbonus, sodass ihr vielleicht merkt, okay, mein Tempo ist noch nicht das Beste. Und das ist gut, weil der Coach, der ist besonders gut im Training fürs Tempo. Und da kriege ich jetzt einen Trainingsbonus. Und dann verbessert ihr euer Tempo umso mehr. Also ich finde das cool, dass man das auf die Art und Weise auch ein bisschen mitbestimmen kann und muss. Und ihr nicht einfach nur sagt, naja gut, ich mache jetzt einfach mal dieses Training, mal jenes Training und der Rest ist irrelevant. Sondern ihr habt tatsächlich so ein paar andere Punkte, die das Ganze beeinflussen. Und das gefällt mir insgesamt sehr gut. Aber der grobe Ablauf ist natürlich genauso, wie ihr es kennt. Das heißt, ihr wählt einen Boxgegner aus. Dann habt ihr Zeit zum Training. Entscheidet euch für welche Trainingsanheiten ihr machen wollt. Müsst zwischendurch euch natürlich erholen. Und dann kämpft ihr. Und nach dem Kampf wiederholt sich das Ganze. Ja, und dann gibt es noch die Komponente des Online-Boxens. Und da gibt es ein Problem, was ich im Internet vor allem gelesen habe. Ist mir persönlich noch nicht so aufgefallen. Ich hatte aber auch erst zwei Kämpfe gehabt. Und zwar, dass die Powerschläge... Denn es gibt wieder mal, so wie damals auch bei Fight Night, die Möglichkeit, mit einer zusätzlichen Taste eure Schläge zu einem Powerschlag auszuführen. Dann holt der Kämpfer ein bisschen weiter aus. Der Schlag dauert ein bisschen länger, verursacht aber größeren Schaden. Das Problem scheint zu sein, vor allen Dingen online, denn da spielt man meistens mit richtig guten Boxern. Die haben natürlich sehr viel Kraft und auch sehr viel Ausdauer. Dass trotz Powerschläge man kaum Ausdauer verliert. Also für den Moment vielleicht ja. Und nach zwei Powerschlägen muss man kurz innehalten. Aber zwei Sekunden später hat man wieder volle Kraft und kann wieder zwei, drei Powerschläge ausführen. Und das führt wohl dazu, dass eigentlich jeder Gegner andauernd nur Powerschläge macht. Und das kann natürlich auch nicht Sinn der Sache sein. Das heißt, hier muss am Balancing noch ein bisschen geschraubt werden. Ansonsten funktionieren die Online-Kämpfe aber auch genauso, wie ihr es offline tun würdet. Ihr könnt sowohl einfach einen Freundschaftskampf machen gegen irgendeinen Random-Gegner, der euch zugewiesen wird. Oder ihr könnt sogar in einer Rangliste spielen. Das heißt, auch da ist eigentlich für jeden was gegeben. Je nachdem, wie ernst ihr das Ganze nehmt. Und dementsprechend, finaler Eindruck, nochmal in Kurzform. Ich bin wirklich größtenteils sehr angetan. Das Spiel hat seine zwei, drei Mankos. Ich glaube, gerade was zum Beispiel diese Powerpunches angeht, kann das durchaus in den nächsten Tagen und Wochen noch behoben werden. Aber so im Großen und Ganzen die Basis ist voll in Ordnung. Das Spiel sieht vernünftig aus. Es spielt sich spannend und unterhaltsam, so wie man es früher von Fight Night auch gewohnt ist. Jeder, der ein Fight Night ähnliches Spiel sucht, dann könnt ihr euch undisputed holen. Meiner Meinung nach macht man da nicht viel falsch. Abschließend könnt ihr mir aber gerne eure Meinung sagen, falls ihr schon gespielt habt. Wie findet ihr das? Was seht ihr in dem Spiel für Stärken oder für Schwächen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, bis bald. Bis bald.